Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Red Dead Redemption 2. Das letzte Mal haben wir Bo und Penelope bei ihrer Flucht geholfen und dann auch hier mit Hamish noch ein bisschen geangelt. Damit haben wir jetzt auch alle aktiven Sidequests erstmal abgeschlossen. Ach, hier ist übrigens der legendäre Bär, jetzt sieht man es gerade. Und ja, mit den Sidequests abgeschlossen würde ich sagen, reiten wir nach Annisburg rüber. und schauen dann mal, was Micah von uns möchte. Der hat ja anscheinend auch noch irgendwas herausgefunden. Da ist jemand auf der Jagd wieder. Diesmal schreie ich ihn nicht an. Damit seine Beute nicht einfach flieht. Oh, und das habe ich auch noch nie gesehen. Da oben an den Gleisen steht ganz groß Emberino. Das ist das Gebiet dann auch oben in den Bergen. Ja, und jetzt müssen wir aufpassen. Gesucht, tot oder lebendig in diesem Gebiet. Ist das wieder dieser nackte Typ? Ja. Da ist er. Ja, ich schau mal, ob er... Ja, 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 ja. Aber, schütter, Bolt! Ah! Nicht schon wieder. Der Typ! Der scheint hier irgendwie wirklich zu leben. In diesen Wäldern. Das wäre ja cool, dass Arthur hier über den Felsen von oben auf Bolt einfach drauf gesprungen ist. Ach! Oh-oh. Puma. Oh, easy. Verschwinde. Ach, das ist gerade am Jagen. Ja. Na gut, solange wir nicht die Beute sind. Die Frage ist gleich nur, wie kommen wir nach Annisburg ohne gesehnt zu werden von den Sheriffs und anderen Gesetzeshütern. Da müssen wir gleich vorsichtig sein. Ja! 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 Ich bin der Randy Orson. Michael denkt, dass es ein Rat ist. Oh, er hat er. Auf welches Beweise? Er ist nur ein Minute zurück. Pinkertons zeigen. Wir sind auf die Runde, seit ihr zwei Fools in Blackwater gegangen sind. Wir haben kaum ein Rat mit unseren Leben in Saint-Denis. Jetzt haben wir ein Rat. Well, Molly hat sicherlich gesprochen, aber wer noch? Vielleicht haben wir das zu schwer. Vielleicht ist es Zeit für die Leute wie uns ist. Wir brauchen ein Rat. Wir haben weniger als die Stadt geblieben. Und sie wissen, wer wir sind, wo wir sind und was wir machen. Ich sehe es. Die beste Sache, die wir tun können, ist, dass die Woche gehen. Gehen wir weiter. Gehen wir unser Geld. Wir beginnen. Das ist nicht passiert. Well, etwas muss passieren. Und schnell. Insofern, Cornwall, die Pinkertons, sie haben uns hier geholfen. Und keine von ihnen stoppen. Ja, Cornwall ist, warum wir hier sind. Können wir, Dutch? Ja. Es ist Zeit, um zu gehen. Wir gehen nach der Runde. Oh... Gehen wir Cornwall allein. Er ist nicht. Wir brauchen Geld. Aber Revenge? Jetzt? Natürlich ist es für Geld. Komm schon, Arthur. Das sollte nicht sein, eine verrückte Revenge-Mission, Dutch. Es ist nicht wertvoll. Es wird so schrecklich. Oh, Arthur. Es ist nur ein einfacher soziales Telefon. Oh... Oh mann, die zwei. Die stecken mir echt zu viel unter einer Decke. So... So... What are we gonna say to him, that needs to be said? He has been hunting us since Valentine. He is the reason that Hosea got killed. His sugar business is destroying the people of Guarma. This town, Arthur, is his town. He bought it just to destroy these folks. His sugar. His oil. His law. His oil. These are wrongs that you can't rack, Dutch. We're wanted men. Hmph. So why did you go for John against my wishes? I didn't want him hanged. Neither did I. We're gonna cut a deal, Arthur. What are you talking about? We want out. And Cornwall wants us to stop robbing him. And we all know his money is what's keeping the Pinkertons on our tail. He's America, Arthur. And I want out. And he... He won't let us go. They say making a lot of sense, Dutch. It will, son. It will. A deal. Some noise. And then we're gone. Hmph. A deal. The Cornwall's boat is due in soon. Let's get down here, behind these crates. Ich möchte Sie bedanken, für Ihre Gesundheit, Herr Cornwall. Das war ein Business-Meeting, Herr Milton. Wir sind nicht Freunde. Ich habe eine große Werteilung mit Ihrer Agenheit, und noch nichts getan. Diese Van der Linde ruft mich und lacht mich. Ich habe für die besten. Ich habe für die besten. Wir sind sehr nahe, Herr Cornwall. Ich weiß, Sie haben das schon gehört. Chance, Sir, send a Telegram to Goldberg in New York. Tell him I won't borrow it more than 3.2%. Sorry, no, I have heard it before. And get that army man to pay his portage charge. Yes, Sir. Wir tun all we can within the confines of the law. The law? I think we both know what you can do with your laws. Find me Dutch Van der Linde. Bring him here. And leave the laws to them as need them. Good day, Sir. Come along, Mr. Ross. We have work to do. Mr. Dinsbury. Mr. Cornwall. Now listen up, Dinsbury. What's all this about strikes? I bought into this mine because of mismanagement. And I intend to make it a success no matter what the cost. It's the wages. Folk feel that you... Folk feel? Business doesn't give two figs about feelings, Sir, not two figs. It's a nonsense that will bring a plague on both our houses. Perhaps there is a plague on your house already, Mr. Cornwall. What do you want, Sir? I'm not quite sure just yet. Your impudence will be your undoing, Sir. I'm undone already. Even my best friend here, he thinks I'm crazy. And like this poor fellow you are talking to, my feelings are hurt. You robbed me, Sir. And you robbed him. Funny world. You show a criminal's grasp of sophistry, Sir. I did no such thing. You kill. I kill. You rob. I rob. Only difference I can see is I choose whom I kill and rob and you destroy everything in your path. I've heard just about enough. I'll tell you what. You give me this ship, $10,000 and safe passage out of here, I'll let you live. I'll do no such thing. You sure? Good. I prefer it this way. You must have done that! No noise, Arthur! No noise! You screwed up! Oh, shit! Pinkertons! What the hell have you done, Dutch? Oh, shit! Come on! Mike is going after those papers. Let's find him and get out of here! Oh, man! Hey! Schlecht Dutch! They're shooting from that building! Ah! Look out! Up there on the left! I found something interesting! Come on! We gotta move! Get a move on, Arthur! Arthur! Come on! Stay with me, Arthur! Arthur! Come on! The lost men are all over the place! Follow me! And stay close! We had enough heat on us before! Now we're gonna be torched, Dutch! This is... The only way! You'll see! Trust me! Trust you! You sure you got the lungs for this, Morgan? Shut the hell up! We got more up ahead! Clear us some space! You said this wasn't a revenge mission! It wasn't! We got what we came for! Those papers! It's over for you! You put Dutch up to this! Me? I just follow orders, Morgan! More up top here! Gun them down! And let's get the hell out of this place! Shoot that oil wagon! Come on! We can take the horses from that coach! Let's go! Oh, my... Well, at least we tried talking it out! The boys have lost your minds! Oh! I felt a lot of guilt in this life, Arthur! I've killed too often! And poorly! But not this time, son! Come on! All right! Let's head for the hills, boys! They're trying to block us off! Go right! Look out! We got more ahead! Hey, dude! Go right! You come or you! Go right! On the left! The bastards! Oh! Oh! Not for the worth! Oh! Come on! Come on! Get out of this car! Oh! You come on! Come on! Come on! Sie versuchen uns wieder zu drehen! Geh los! Lose sie durch die Wasser! Schau mal, Palas! Sie sind noch gekommen! Schrauben Sie! Oh, wie hektisch und dynamisch alles! Richtig gute Action! Wir sind alle okay? Interessantie, Karl! Oh, nicht schau mal und Superiore bei der gleichen Zeit, Morgan. Wir alle wussten, später oder später, Cornwall musste zu gehen. Lass uns die Bücher sehen. Es gibt mehr Aufmerksamkeit, wir brauchen nicht. Es fühlt sich, dass der ganze Welt in uns verbauten. Dutz! Es wird nicht lange, bevor sie finden, wo wir nachdenken sind. Especially das, wir sind nicht genau nachdenken! Wir brauchen nur eine Distraktion. Buy uns ein bisschen Zeit. Es sieht aus, dass der Kornwall von Kornwall ein Konflikt mit dem Armee veröffentlicht hat. Und sie werden auch die Dynamisch veröffentlicht von... von... von Annesburg Mines nach San Donne, um zu verkaufen. Und es gibt die Bonds in seiner Ölfaktorie. Vielleicht gibt es ein Weg, um sie zu retten, und die Geld, die wir brauchen. Micah! Du schaust in diese Dynamisch, ich glaube, Bill, Arthur. Du gehst auch. Wir brauchen vieles. Und Micah, wir brauchen zu sprechen, und versuchen ein paar Dinge zu finden. Of course, Boss. Und versuchen, was? Wir brauchen zu machen? Der Plan. Wir kommen hier raus. Nichts hat sich verändert. Es hat sich nicht. Es hat sich nicht, oder? Es gibt eine alte Haus, in der Van Horn. Wir treffen uns dort, wenn du kannst, Blacklung. Wir werden uns mit uns, und wir treffen uns nach dem Camp. Das ist verrückt. Nur zu Besuch. Ja, ganz genau. Ei, ei, ei. Was machen die nur? Reverend Swanson will uns sprechen. Und Micah. Ja, reiten wir zuerst ins Lager und sprechen mit Reverend Swanson. Bevor wir hier weitermachen mit dem ganzen Chaos. Hey, boy. Ich glaube, Dutch denkt, dass John und Abigail die Verräter sind. Das hat er ja auch schon auf Guama durchsickern lassen. Und deswegen wollte er wahrscheinlich auch nicht, dass wir John befreien oder ähnliches. Ich glaube, so tickt er gerade. Aber Molly hat doch schon alles im Prinzip gebeichtet. Bin ziemlich sicher, dass sie einfach alles ausgeklaudert hat. Reverend. You okay, Mr. Morgan? I don't know, Reverend. These are challenging times for all of us. Yes, very challenging. You don't seem yourself somehow. I've always feel... I've left the morphine, sir. Reverend Swanson, would you excuse us a minute? Of course. New York? We are gonna go to New York. Now, they have been chasing us south and east and west. We're gonna get a boat, we're gonna get on a river, and we're gonna go north. New York. Then Tahiti, the Fiji Islands, or this place New Guinea, Dancing Girls, Freedom. But first we have to make a whole lot of smoke, a whole lot of commotion. And then we disappear. We need more commotion? One score and one whole hell of a lot of noise. We ain't so good at doing scores anymore, Dutch. Are you feeling all right, Arthur? Sure, I'm fine. Pardon me for interrupting. I brought a friend, Arthur. Hello. Hello. Dutch, this is Eagle Flies. His father is a great chief. Charles and I, we, um, pretended to be mercenaries. Did me a great favor. Dutch Vandalin. How do you do? Not well, sir. Well, I am sorry to hear that. How's your father? Father has confused wisdom with weakness. His people, my people. We've suffered too much. Been lied to too much. Now they've taken our horses. Who? The infantry division posted at Fort Wallace. Why? Colonel Favors is a liar and a murderer. His people won't stop until we're all dead. Without horses, we cannot hunt. Without hunting, we will starve. This is another act of war. I see that. The men have helped me before, and I have money. Put your money away, son. What do you think, Charles? You know, I told your father I will not fight over some horses. But I made no such promise. Come along. Yeah. Arthur, we must go with them. To try to stop things from getting out of hand. I guess. Come along. Ah, that's how it looks pretty. Are you ready for all horses? I know. I understand, Igor Fleys is angry, but I don't see how this will help anything. Especially not with Dutch, whipping them up into a frenzy. We've got enough folks coming after us. I'll add an army to the list. Are you gonna let these bastards walk all over you? No. You're not. This is all that's wrong with this world. Okay, young man. Lead the way. The horses are on a boat near Van Horn. I have a man waiting for us there with some canoes. Surely this can be done without killing anyone. Of course. What will be, will be. Anyway, son. Tell me about this Colonel Favors. He's a vile man. He and his regiment take pleasure of persecuting us. All the young have been taken from our reservation. Shipped off to reform schools. Many women too. The older are weak and sick, but they deliberately withhold medicine and supplies from us. This ends today. You have my word on that. Why are you getting involved in this, Dutch? You know me. We shoot fellas as need shooting. We save fellas as need saving. Feed them as need feeding. Not this again. It's been quite a while since we helped anyone but ourselves. And even you know that. I told you. Noise. We need noise, Arthur. Noise. And faith. I still don't know what that means. Stop questioning and think. Just think for a second. The Pinkertons have had time to reinforce. The civilized world is closing on us. Who knows what else Molly told them? We need to move towards a conclusion. Now. Sure. But what's this gotta do with any of that? Some good, honest conflict between the army and the Indians might be just the distraction we need. Kill two birds with one stone. Cornwall was funding the Pinkertons assault on us. Why do you think I dealt with him? With Cornwall gone. The government is far more likely to divert them to other issues. Especially if there's one more scandal. And then we can slip away. Like I said, we just need that noise and one more score. You know, I went back. For the chest I had hidden outside Shady Bell. And we're close, Arthur. That dynamite. The railroad contract with the army. It was all in those papers Micah found. I have a plan. You just have to trust me. There's Peta. These men, like I said, they'll help us. I got the canoes. The boat is still moored in the channel. Good. Let's wait until nightfall. All right. You can set out. We need to get that boat ashore. I think the best plan is to paddle up there silently, board her. And when we got control, we'll deal with that anchor and float away. We'll be ashore before anybody even knows what happened. Good luck. Good luck. Good luck. Nice. Good luck. Mr. Pull up alongside. Dann gehen wir mit dem an. Lautlos bewusstlos schlagen, aber dieses Knacken hört sich dann immer nicht so gut an. Ich schau mal kurz hier hoch. Wurde da einer über Bord geworfen? Haben die das nicht gehört? Was ist das? We can't let that last one get away Boys, we'll find out about those horses down below Arthur, deal with that anchor Sure Mhm Mhm You think I have the first idea how this anchor works? Just blow it up, then Hurry Komm schon, Arthur! Wir sehen uns sehr schnell, Tutts. Und ich versuche. Wir gehen nach diesen Rocken. Holden Sie! Was ist mit dir passiert? Die Leute sind gut da hinten? Ja, ich glaube so. Aber es gibt eine große Schraube in den Boten. Die Hörer sind verrückt. Und wir nehmen die Wasser. Die Leute, raus! Geh! Ja, was anderes ist mit dir? Du bist der beste Schraube. Die Hörer sind verrückt. Wir brauchen sie auf. Ich habe diese vierte, Arthur. Kannst du nach den anderen? Okay. Okay. Komm her, Junge. Over here, come on! Mensch, Dutch. Du machst Sachen. Ja. Oh, die Ausdauer des Pferdes sinkt drastisch. Du, du bist mit dir. Tja. Ich meine dir was. Ich habe hier die Auge bekommen. Sie werden gebraucht. Sie sein, dass wir jetzt noch nicht so gut funktionieren. So it goes, my father doesn't want to fight again. Will one of you help me return the horses to my men? Well, Arthur will... Oh, Arthur needs to rest. I will. I like you, son. And after the horses, are we going to wait for the army to come and wreak its revenge? I hope not. Of course we ain't. Now let's go check out that fort of there. Is this a good idea? This is the only idea. And it is one that will suit both of our purposes. Fighting the army ain't wise. Stop worrying. Oh, and Sadie told me about Combe. Meet us at Doyle's Tavern in Saint-Denis when you can. Shall we go, son? Certainly. We'll start some light reconnaissance out at Fort Wallace. And when Combe's dealt with, you come meet us there. We'll set up a good spot for you. I don't know, Dutch. Yeah, well, I do. This is exactly the distraction that we need. Your father said that fighting was an impossible gamble. There's no winning for you in this. Your father need not know anything. He'd rather live in ignorance. Come along, gentlemen. Your father would rather you did not do anything so foolish. I said I would stop this from happening. Would you talk to him? Speak with Rainsville. Yes. Would you? Ja, natürlich. Entfesselte Wut. Ja, ich glaube, Dutch hat schon noch die richtigen Intentionen. Er versucht ja auch zu helfen und alles aber auch mehr oder weniger so für seine Zwecke zu verdrehen. Er hilft jetzt ja auch nur, weil das er dann zusätzliche, zusätzlichen Chaos heraufbeschwört. Ich weiß nicht genau, was er damit dann bewirken und erreichen will. Aber das scheint so sein Ziel zu sein, ja. Das heißt, wir können mit Fallen der Regen sprechen, dann mit Sadie und dann erst mit Micah. So, denke ich, machen wir das jetzt am besten. Wobei ich sehe, dass es ja auch jetzt schon wieder eigentlich für diese Folge erstmal reicht mit den zwei Missionen. Ich denke, dass alles andere würde sonst die Dauer nur ein bisschen zu sehr sprengen. Und dann machen wir hier an der Stelle einfach in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.